Vielen Dank. Vielen Dank erstmal an die Veranstalter für die Einladung und dass ich heute hier zu Ihnen sprechen kann und für die auch sehr spannende Veranstaltung, wie ich fand bisher. Ich werde, wie gesagt, über sozialverantwortliche, nachhaltige Beschaffung ein bisschen sprechen. Es ist ein großes Thema oder wird ein immer größeres Thema, wie wir finden, und wird auch immer aktiver betrieben. Und ich möchte das Modell von Electronics Watch heute vorstellen. Wir sehen das als sehr innovatives Beschaffungsthema. Und Innovation heißt ja auch immer, man muss lernen, man muss auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten und kooperieren. Wir als Electronics Watch sind eine unabhängige Monitoring-Organisation, die der öffentlichen Hand dabei hilft, ihre in den Verträgen festgeschriebenen Sozialkriterien umzusetzen. Klappt das? Ja. Ich habe hier erstmal mal die Mission unserer Organisation aufgeschrieben. Das ist ein sehr langer Satz. Wir helfen den öffentlichen Beschaffungsabteilungen zusammenzuarbeiten und mit den zivilgesellschaftlichen Monitoring-Partnern aus den Produktionsregionen zu kooperieren, um die Rechte der Arbeiterinnen in der Lieferkette zu schützen. Ich werde jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen diesen Satz auseinanderklamüsern und helfen, zu verstehen, was dahinter steckt. Das Wichtige ist erstmal zu sagen, unser Modell funktioniert. Es funktioniert sehr erfolgreich und es funktioniert deshalb so erfolgreich, weil wir auf Kooperation setzen. Wir setzen auf Kooperation zwischen den einzelnen Beschaffungsabteilungen, Beschaffungsbeschafferinnen. Wir setzen auf eine Kooperation mit der Zivilgesellschaft im globalen Süden, wie das heutzutage so genannt wird. Es ist auch ein bisschen der globale Osten, weil wir auch mit Osteuropa zusammenarbeiten. Und wir setzen auf eine Kooperation mit der Industrie. Also wir arbeiten mit der Industrieanveränderung, nicht gegen die Industrieanveränderung. Das ist sehr wichtig für uns immer zu betonen. Ich werde heute nicht auf die Verletzungen der Rechte, der Arbeitnehmerinnenrechte in der Lieferkette der globalen Elektronikindustrie zu sprechen kommen. Das ist ein eigenes Thema wert, das ist einen eigenen Vortrag wert. Sie kennen möglicherweise die großen Probleme, die von zu langen Arbeitszeiten bis Zwangsarbeit sozusagen die gesamte Spanne aller ILO-Kernarbeitsnormen und darüber hinaus leider betreffen. Das Thema Unternehmensverantwortung ist ja kein neues mehr. Da ist einiges schon gelaufen, da sind einige Ideen und Projekte schon entwickelt worden. Aus meiner Perspektive muss man leider sagen, haben die sehr wenig bewirkt. Die haben natürlich schon was bewirkt, aber wenn man sich auf den Boden, auf dem Fabrikboden anguckt, was das jetzt an Verbesserungen gebracht hat, ist das leider noch nicht so viel, dass man sagen kann, den Beschäftigten geht es wirklich besser. CSR- und Auditverfahren sind ganz gut, werden gerne angewendet, haben sozusagen als Hauptcharakteristikum hochstandardisierte Auditverfahren, hochstandardisierte Fragebögen. Das hat natürlich Vorteile, hat aber natürlich den Nachteil, dass sobald Probleme über den Fragebogen hinaus herrschen, Sie diese Probleme nicht wahrnehmen können. Zertifikate, wenn Sie an das Thema Ökologie denken, also sagen wir mal Stromverbrauch in der Produktion oder Stromverbrauch dieses Computers, sind Zertifikate großartig. Da können Sie was messen, das verändert sich auch nicht großartig. Wenn Sie jetzt aber an soziale Probleme denken in einem Betrieb, haben Sie es mit einer hochkomplexen Situation zu tun, die auch noch sehr dynamisch ist. Also die ändert sich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Da sind Zertifikate stark beschränkt. Um soziale Probleme abzubilden. Es gibt noch eine inhaltliche Herausforderung bei diesen beiden Werkzeugen, Audits und Zertifikate. Die werden im Auftrag der zu zertifizierenden oder der zu auditierenden Unternehmen durchgeführt. Das heißt, ein Unternehmen bezahlt dafür, die Lieferkette zu auditieren. Das ist eine Herausforderung, mit der man umgehen muss. Sanktionen werden auch gerne manchmal betrachtet. Also das heißt, das Unternehmen ist schlecht, wir schmeißen es aus der Lieferkette raus. Hat leider meistens die negative Wirkung, dass den Beschäftigten vor Ort der Job verloren geht. Das heißt, der Job vorher war sehr schlecht, jetzt haben sie gar keinen. Das ist keine wirkliche Lösung. Es geht darum eigentlich, innovative Lösungsansätze sich zu überlegen, wo es darum geht, Verbesserungen für die Betroffenen herzustellen und zu befördern. Aber dazu ist aus unserer Sicht ein langfristiges Engagement mit der Lieferkette notwendig. Ein langfristiges Engagement mit der Lieferkette heißt dann aber auch, dass man Dinge überprüfen muss und dass man gucken muss, wie steht die Realität mit den vertraglichen Anforderungen im Einklang oder eben nicht. Und wenn sie nicht im Einklang steht, muss man Verbesserungen vorschlagen. Aus der Sicht der Beschafferin ist natürlich gleich die große Frage, das ist eine Herausforderung. Wie kann ich als Beschafferin in Berlin sitzend oder in Zürich sitzend oder hier in Bern sitzend eigentlich wissen, wie die lokalen Arbeitsgesetze sind, wie die ILO-Kernarbeitsnormen wirklich umzusetzen sind? Also ich habe die Expertise nicht, ich habe meistens auch die Ressourcen nicht. Ist auch wirklich ein hochkomplexes Thema. Dazu sind wir sozusagen da oder hoffen, dazu da zu sein. Was macht das Besondere von Electronics Watch aus? Wir sind erstmal unabhängig. Wir sind eine Mitgliedsorganisation, das heißt, bei uns werden Organisationen der öffentlichen Hand Mitglied. Wir arbeiten in ihrem Auftrag. Wir sind in dem Sinne, unabhängig von der Industrie, unser Monitoring wird durch die Mitgliedsgebühren unserer Mitglieder bezahlt. Wir haben sozusagen ein sehr hohes Level an Unabhängigkeit. Das Zweite ist die Expertise, die insbesondere darin liegt, dass wir ein Monitoring und ein Nachverfolgen der vertraglichen Regelungen ermöglichen für unsere Mitglieder. Ich werde noch auf das Monitoring ein bisschen zu sprechen kommen. Das Wichtige ist ja eigentlich immer zu sagen, okay, wir setzen irgendwelche Regelungen, Kriterien in die Verträge rein. Aber wie wir alle wissen, müssen Verträge auch durchgesetzt werden. Nur weil es auf dem Papier steht, ist es noch lange nicht Realität. Und das ist immer ein Problem. Wie setzt man Sachen durch? Man setzt sie durch, indem man kontrolliert, indem man sich Daten zeigen lässt, indem man selber vor Ort geht, indem man dann auch den nächsten Schritt geht und fragt, naja, jetzt haben wir ein Problem festgestellt. Wie gehen wir damit um? Wie können wir das verändern, verbessern? Das können wir eben sehr gut machen, weil wir vor Ort Monitoring-Partner haben, die in diesem Bereich arbeiten. Und wir ermöglichen auch einen Erfahrungsaustausch. Sozialverantwortliche Beschaffung ist ein neues Feld, ist ein hoch innovatives Feld. Da verändert sich eigentlich von Beschaffung zu Beschaffung, also von einem Tender zum nächsten, sehr vieles. Es kommen neue Ideen auf, dazu müssen Beschafferinnen sich gegenseitig erzählen, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Man muss voneinander lernen und das ist für unsere Mitglieder auch ganz, ganz wichtig, weil sie europaweit diese Sachen lernen können. Und was uns auch ausmacht, ist die Tatsache, dass weil wir eine Mitgliedsorganisation sind, aus Organisation der öffentlichen Hand, kommt es zu einer Kollaboration und damit zu einer stärkeren Stimme der Industrie. Weil wir sozusagen das ausrichten, wie und was einzelne Organisationen der öffentlichen Hand die Industrie fragen, wie sie fragen und was sie erwarten. Damit hat man einfach einen höheren Hebel. Das ist gut für die Industrie, weil sie nicht hunderte verschiedene Fragen beantworten muss, sondern immer mit uns zusammenarbeitet. Das ist auch gut für die öffentliche Hand. Die Zusammenarbeit habe ich jetzt schon angesprochen. Ich spreche immer von europaweit, aber eigentlich sind wir nur bisher in diesen Ländern aktiv, insbesondere in Großbritannien. Das hat mit unserer Geschichte zu tun. Das hat auch mit der besonderen Art, wie Beschaffung in Großbritannien organisiert ist, zu tun. Nämlich zum Großteil über Einkaufsgemeinschaften. Die sind ein super Modell, um Nachhaltigkeiten zu befördern. Die unterstrichenen Namen, das sind Einkaufsgemeinschaften. Wir sind aktuell, haben wir 305 Mitglieder. Wir haben auch zwei Mitglieder aus der Schweiz. Der Kanton Waadt ist ein Gründungsmitglied. Und PAIR, also die Einkaufsgemeinschaft der französischsprachigen Kantone, ist seit Anfang 2018 dabei. Dazu werde ich auch noch gleich was sagen. Wir haben Landesvertreterinnen in Großbritannien, in Holland und in Spanien. Wir haben jetzt eine neue Landesvertreterin in Frankreich und hoffen durch diese neue Sprachkenntnis. Keiner von uns konnte vorher Französisch. Jetzt kann jemand in der Organisation Französisch. Das heißt, wir können mit den Beschafferinnen vor Ort sprechen. Das ist ganz wichtig, weil sonst spricht man immer auf Englisch und da fühlt sich keiner so wirklich wohl. Wir haben jetzt auch eine Landesvertreterin in Australien, weil in Australien seit diesem Jahr das neue Modern Slavery Act gilt, das sozusagen ein sehr starkes Gesetz ist, um Zwangsarbeit in der Lieferkette zu verhindern. Wie funktioniert jetzt unser Modell, wenn man sich das mal so aus der Beschaffungsperspektive anguckt? Wir bieten Vertragsbedingungen an. Das heißt, das ganze Modell läuft eigentlich in der Phase der Vertragsausführung. Warum wir uns jetzt gegen Kriterien für die Eignung oder für den Zuschlag entschieden, haben wir jetzt einen eigenen Vortrag nochmal wert. Grundsätzlich kann man sagen, bei sozialer Nachhaltigkeit gibt es in der Elektronikindustrie keine großen Unterschiede. Das heißt, die können da nicht so viel werten. Sie können da nicht sagen, Markenhersteller X ist besser als Markenhersteller Y. Die haben in anderen Bereichen natürlich Vor- und Nachteile. Aber bei der sozialen Nachhaltigkeit nicht besonders. Das hat viel mit dem zu tun, wie Elektronikindustrie organisiert ist, wie die Lieferketten organisiert sind. Der Vorteil von Ausführungsbestimmungen ist natürlich auch nochmal, dass sie erst nach der Vergabe gelten. Das heißt, sie gelten über einen relativ langen Zeitraum des gesamten Vertrages. Wir sehen da Verträge zwischen zwei und sieben Jahren. Das gibt Ihnen und uns sehr viel Zeit fürs Engagement, für die Arbeit mit der Lieferkette. Das ist uns ganz wichtig, weil wir keine Hauruck-Lösungen haben wollen, sondern wir an Lösungen arbeiten wollen, die nachhaltig Wirkung haben. Auch von Vorteil ist, Ihr Beschaffungsprozess wird nicht verändert. Und wir beeinflussen natürlich auch nicht die Bewertung. Also für die Beschafferin ändert sich im Prozess der Ausschreibung eigentlich fast gar nichts, außer dass Sie unsere Vertragsbedingungen mit reinnehmen müssen und sozusagen durchaus Fragen vom Markt bekommen werden, was das jetzt ist. Und wir da auch sehr gerne helfen, bei den Fragen zu beantworten, weil das sehr oft gefragt wird. Wir schreiben keine Geräte vor. Das heißt, ob Sie jetzt Markenfirma XYZ oder die anderen kaufen, ist für uns alles immer gut. Wir sind dazu da, um Ihnen dabei zu helfen oder unseren Mitgliedern dabei zu helfen, zu gucken, was ist in der Lieferkette los? Wie können wir das ändern und wie haben wir das geändert? Und nur dann können wir in Zukunft, also die Idee ist im Grunde, in ein paar Jahren wirklich eine Veränderung zu haben in den einzelnen Lieferketten. Und dann zu sagen können, okay, die Markenfirma X ist viel besser als die Markenfirma Z und wir können damit dann auf einmal in die Eignungs- und Zuschlagskriterien reingehen. Ich hatte ja schon ein bisschen über das Monitoring-Netzwerk gesprochen. Achso, noch ein Punkt zurück. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, Vertragsbedingungen müssen immer in der Sprache und für das gesetzliche Rahmenwerk eines einzelnen Landes sein. Das gilt jetzt nicht nur für die Schweiz, sondern auch EU-weit, trotz der EU-Direktive, die das vorschreibt, ist das alles verschieden. Also ob ich jetzt in Deutschland eine Ausschreibung mache oder in Großbritannien, ist schon ein bisschen anders. Das heißt, wir bieten auch Vertragsbedingungen für die einzelnen Länder an. Wir haben das jetzt für Großbritannien, für Holland, für Belgien, für Deutschland und für Spanien. Und wir planen jetzt in nächster Zeit auch eins für die Schweiz sozusagen anzupassen. Unser Monitoring-Netzwerk erstreckt sich im Grunde über die wichtigsten Produktionsregionen der Welt aus. Also natürlich die große Region Asien, da ist es ganz zentral. Da haben wir neben Ländern wie China, die jetzt immer auf der Landkarte sind, Malaysia und Indonesien sind auch eigentlich immer dabei und die Philippinen auch. Indien wird gerade so ein neuer Standort. Vietnam, vielleicht hat das schon jemand gehört, wird auch so ein neuer Standort. Wir haben aber auch Länder wie Nepal und Birma oder Myanmar dabei. Wieso? Weil in Ländern wie Malaysia sehr viele Wanderarbeiterinnen aus diesen Ländern hinkommen. Und Wanderarbeiterinnen sind eigentlich immer von einem extrem hohen Risiko an Zwangsarbeit betroffen. Und wenn Sie sich jetzt Zwangsarbeit in Malaysia angucken und da treffen Sie nur Birmesinnen, dann müssen Sie auch nach Birma gehen und fragen, wie funktioniert denn das? Wie sind da eigentlich die Leiharbeiteragenturen aufgestellt? Was für Probleme gibt es da? Wie können wir das lösen? Deswegen sind wir auch in so Ländern, wo jetzt keine ernsthafte Produktion stattfindet. Wir sind aber auch immer dabei, unser Netzwerk weiter zu entwickeln. Wir sind jetzt gerade, haben wir die Kooperation mit einem Monitoring-Partner in Polen angefangen. In Polen steht das größte, naja das einzige und somit das größte Werk von Dell, wo alle die Produkte, die Sie beschaffen von Dell, höchstwahrscheinlich in der Endfertigung zusammengebaut werden. Das werden wir uns in den nächsten Jahren auch genauer anschauen, was da passiert. Wir gucken uns aktuell nur die Fertigungsebene an. Das heißt Endfertigung und Komponentenfertigung. Wir sind uns im Klaren, dass es auch noch die Rohstofflieferkette gibt. Die Rohstofflieferkette schauen wir uns noch nicht an, aber sind dabei, neue Ideen dafür zu entwickeln. Wir arbeiten mit arbeitsorientiertem Monitoring. Das ist eine Idee zu sagen, wir setzen die Arbeiterinnen ins Zentrum. Sie sollen davon profitieren, was wir machen. Sie sind aber auch die zentralen Informationsgeberin für unsere Monitoring-Ergebnisse. Sie müssen aber auch dabei ganz sicher sein, dass Ihnen nichts passiert. Das heißt, wir müssen Methoden anwenden, wo unsere Monitoring-Partner, die zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort sind, anwenden. Das ist zum Beispiel Interviews außerhalb des Betriebsgeländes. Wenn Sie sowas machen, geben Sie der Arbeiterin die Sicherheit, dass der Chef nicht sieht, dass sie was sagt. Damit ist sozusagen das Risiko, dass sie entlassen wird, weil sie was gesagt hat, geringer. Wir gehen auch so vor, dass wir offene Interviews machen, die mindestens so eine halbe Stunde gehen. Das heißt, kein Fragebogen, sondern die Leute erzählen. Insbesondere diese betriebsfernen Interviews sind leider noch kein Industriestandard. Also wenn Sie RBA oder andere Auditorganisationen sich angucken, das hat sich leider noch nicht durchgesetzt. Es passiert aber langsam. Da sind wir sehr zuzufrieden. Unsere Expertinnen, die das machen, sind, wie gesagt, lokale zivilgesellschaftliche Organisationen, die seit Jahren zu diesem Thema schon arbeiten und die auch normale Auditmethoden durchführen können, wenn das möglich ist, also wenn wir aufs Betriebsgelände gelassen werden. Und das Wichtige ist, die arbeiten dann auch immer an den Lösungsvorschlägen zusammen, weil es geht nicht nur um Probleme entdecken, sondern Probleme auch zu lösen. Wenn man sich jetzt, wir haben ja heute schon viel über das Bundesgesetz, über die öffentliche Beschaffung oder BÖB gehört. Wenn man sich jetzt anguckt, was PER und was der Kanton Wart schon macht, habe ich gestern nochmal von unserer Kollegin, die mit uns da zusammenarbeitet, gehört, die aktuelle Gesetzesgrundlage, also das alte Beschaffungsgesetz, gibt schon sehr viele Möglichkeiten allen Beschaffern an die Hand, um wirklich nachhaltige Beschaffung zu machen. Es geht darum, sozusagen den Gesetzesrahmen voll auszufüllen, würde ich mal sagen. Man kann aber viel machen, man muss natürlich dann in dem Sinne eher risikofreudig sein und eher wollen, was nach vorne zu geben. Und das ist das Schöne an diesem neuen Gesetz, das wird vieles einfacher machen in diesem Thema und das wird auch sehr ambitionierte Projekte ermöglichen. Und das freut uns natürlich sehr, weil wir hoffen natürlich, dass mit diesem Gesetz auch ein bisschen dieses Thema in der Beschaffung in der Schweiz zum Zuge kommt. Die Zusatzbestimmungen, wie ich rausgelesen habe aus einem Papier, ich bin kein Jurist, von daher kann ich ja auch Dinge sagen, die nicht so hundertprozentig stimmen. Aber was das Interessante ist, ist, dass das neue Gesetz ermöglicht es, über die acht Kernarbeitsnormen der ILO hinauszugehen. Das heißt, sie könnten im Grunde sowas wie existenzsichernde Löhne verlangen. Das sind Themen, die extrem wichtig sind, weil die ILO-Kernarbeitsnormen, das ist das Minimum, wo wir anfangen können, über ernsthafte Themen zu sprechen. Und das Interessante ist, Pair und der Kanton Wart haben im Grunde bei uns in der Organisation Best-Practice-Geschichten schon angetrieben. Wie da die Sorgfaltspflicht oder die Due Diligence angetrieben wurde von Pair, in dem, was sie uns erzählen, über was sie für Produkte kaufen. Wir müssen ja immer wissen, welches Produktmodell wird eingekauft. Aber auch auf der Industrieseite. Also die Markenfirmen, die sozusagen dann uns sagen mussten, wo sind denn die Fabriken, wo das hergestellt wird, das Pair kauft. Da ist die Schweiz wirklich sehr, sehr weit vorne. Das hat uns sehr gefreut. Und jetzt noch mal zum Schluss ein paar Ergebnisse, weil es ja immer so schön ist, das Modell zu erklären. Aber was passiert denn eigentlich? Was haben wir bisher erreicht? Ich kann nicht über alles sprechen, was wir erreicht haben, weil ich werde durch sogenannte NDAs davon abgehalten, also Non-Disclosure Agreements, die ich unterschreiben muss. Aber die Sachen, die veröffentlicht wurden, die können wir schon sprechen. Wir haben erzwungene Schülerarbeit bei einem Kontraktfertiger in Südchina beenden können. Wir konnten dann auch ein Jahr später in die Fabrik rein und haben wirklich gesehen, das war nicht nur eine Policy-Ebene, die da durchgeführt wurde, sondern wirklich, es gab keine Studierenden und Schülerinnen mehr in diesem Betrieb. Ein Riesenerfolg. Wir haben es in Thailand bei Calcomp ein Kontraktfertiger geschafft, Zwangsarbeiterinnen im Grunde Pässe zurückzugeben und Anwerbegebühren zurückzuzahlen. Es war ein sehr langwieriger Prozess, sehr schwieriger Prozess. Wir haben es in Tschechien bei Foxconn geschafft, in einer sehr guten Zusammenarbeit mit HP, garantierte Löhne für Leiharbeiterinnen durchzusetzen. Und zwar garantierte Löhne in Zeiträumen, wo die Produktion so niedrig ist, dass sie davor nichts verdient haben. Das war, wie gesagt, durch eine Kooperation mit HP ermöglicht. Daraus hat sich eine, ich will mal sagen, bisher einzigartige Zusammenarbeit entwickelt, die so weit geht, dass wir jetzt mit HP zum Teil Workshops präsentieren. Also die stehen neben uns, also Zivilgesellschaft und Industrie stehen nebeneinander und erzählen über ein Projekt. Das hört sich erstmal nach wenig an, aber das ist aus unserer Arbeit unglaublich viel und für HP auch unglaublich viel, weil das bedarf ja einer Vertrauensbasis. Sie stellen sich nicht einfach so neben eine NGO und wissen nicht, was passiert. Das sind aber alles Dinge, die auf Fabrikebene passieren. Wenn man sich jetzt aber die gesamte Industrie anguckt, sind das hunderte von tausenden von Fabriken. Die können wir nicht alle einzeln monitoren. Also müssen wir auf die Industrie, auf die systemische Ebene gehen und müssen damit sozusagen sagen, okay, wie können wir da Veränderungen antreiben? Da sind wir dran, das haben wir angestoßen durch unseren Bericht über Selbstmorde in Fabriken in China. Der ist auch auf unserer Seite runterladbar. Relativ lang, ziemlich krass. Es ist zwar alles nur Statistik, aber wenn man immer bedenkt, dass das mit Selbstmordern zu tun hat, ist das sehr heftig. Da sind wir sehr stark dran, weil darum geht es um systemische Veränderungen. Da sind wir auch, und da möchte ich Sie jetzt erstmal einladen, wir haben unsere jährliche Konferenz dieses Jahr Anfang Dezember in Barcelona. Die ist für alle Interessierten zugänglich. Am Tag davor werden wir uns, also die Zivilgesellschaft, die Beschafferin und die Industrie an einen Tisch setzen und daran arbeiten, europaweite Standards zu harmonisieren. Also das heißt, wo wollen wir denn eigentlich hinkommen? Und das ist ein großartiger Schritt, wo wir glauben, das hat natürlich viel mit Kooperation zu tun. Die Industrie hat gemerkt, sie spricht jetzt nicht mehr nur mit einzelnen Beschafferinnen, sondern mit einer immer größer werdenden Gruppe, die die gleichen Interessen haben. Und das will die Industrie natürlich nutzen, um diesen Schritt gehen zu können. Weil das ist auf einmal ein Markt, der notwendig und der nützlich ist für Sie. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.